So, liebe Leute. Heute spiele ich mal einen AD Carry. Das habe ich lange nicht mehr getan. Ich habe mir mittlerweile auch eigentlich relativ abgewöhnt, allzu oft Ranked Games aufzunehmen. Ich neige irgendwie dazu, schlechter zu spielen, wenn ich Ranked Games aufnehme. Aber das ist jetzt nur ein Teambuilder-Game. Ich spiele Ezreal und da spiele ich jetzt das dritte Mal. Also erwartet da wirklich keine Meister-Moves von mir. Ich habe den letztens mal wirklich Just for Fun gekauft und ausprobiert und da er mir eigentlich schon immer irgendwie zugesagt hat, weil es einfach ein reiner Skillshot-Champion ist. Keine Ahnung. Dachte ich mal, ich probiere es mir mal selber aus und er hat mir eigentlich recht zugesagt. Die Frage ist, wie weit ich es damit bringe, sobald die Gegner ein bisschen schwieriger werden. Und das könnte hier durchaus passieren. Angriff. Ja, ich bin da gerade am überlegen, ob ich wirklich damit anfangen will. Musik ist aus. Lautstärk kann ich wieder noch ein bisschen leiser machen. Okay. Gut. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Dorans Blade an. Man kann eigentlich auch mit dem Longsword anfangen, wie ich finde. Aber da sieht man irgendwie eher weniger AD Carries mit, was ich eigentlich komisch finde. Warum ist das so? Warum spielen die meisten AD Carries nicht mit dem Longsword am Anfang? Longsword und drei Potions. Klar, denen entgeht halt der Vorteil durch das Dorans Blade, dass sie diese 70 mehr Life haben und 3% mehr Lifesteal. Das ist halt das Einzige, was ich sagen würde. Ja gut. Verstehe ich? Das ist ein Grund. I'm not good as to play for fun. I'm not good as to. You're welcome. Learning AD Carry. Also, ich bin kein guter AD Carry. Das wäre einfach glatt gelogen. Ja. Es ist difficult. Ja, mich auch. Ich mag Solo Lanes auch viel lieber. Ja. Na gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier auch schon direkt ein... ein Q gemisst. Auf Annie muss man... Annie hat halt echt Range. Dementsprechend... muss man da ein bisschen aufpassen. Das war gut von Alistair. Habe ich leider nicht so mit gerechnet. Ansonsten hätte ich da mehr mitmachen können. Mal ein bisschen auf der Hut sein. Moment, so viele Minions hier im Weg, als dass ich da was machen könnte. Oh, Alistair ist ein cooler Support. Merkt man direkt. Der hat neben einem Haufen CC... ist der auch noch in der Lage. Ja. Schade. Annie müsste bald backkommen. Wow, dass ich den nicht bekommen habe, ne? Shit. 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 Oh, ich habe Damage bekommen. Ich gehe auch back. Ich habe rausgepusht. So never mind. Ich hole mir jetzt einfach mal, weil ich schon wieder merke, dass meine Mana... Dass ich arge Mana-Probleme habe. Auf die Träne. Hol mir ein paar Potions und... Lass erst mal den Damage so, wie er gerade ist. Oh, ob das mal... Wenn das mal nicht risky ist. Ich hoffe, die weiß, was sie tut. Annie könnte nämlich durchaus checken. Ja. Ja. Good job. Drake für den Kill ist okay. Mist, da habe ich gerade schön CS verpasst. Sehr schön. Den habe ich getroffen. Sehr schön. Kommen wir nicht dran, ist das Problem. Haben schon wieder Flash Ready gehabt, ey. Das war's für mich. Das war gerade übrigens ein Blind Q. Der hätte auch in die Hose gehen können. Mich nervt es gerade tierisch, dass der Shad so groß ist. Ein Farm ist nicht der beste. Anni ist mit lane. Das war zu viel Damage. Man darf sich vonerst halt nicht catchen lassen. Äh, von Zed. Wenn der einmal seine Kombo da raushaut, dann bin ich einfach Katzenfutter. Das war schlecht. Ich hätte meine Lane bleiben sollen. Selbst mein Heal hat da nichts gebracht. Vor allem, weil ich den Heal erst nach dem Ignite gezündet habe. Das heißt, direkt auch erstmal verringerten Effekt. Na ja, egal. Bleiben wir jetzt erstmal botlane. Hier gerade einen kurzen Lag anscheinend. Strake bald ab. Ja. Nachdenkett. Du hast recht logos gefertigt. espíritab Hey. Ich werde mich erst auf den contagioussten. Mengenstattst keine Weihnachtstt zu braun. Ich glaube nicht, dass wir den machen können Zu gefährlich Don't even try Wow, er hat ihn genau da reingekickt Er hat ihn in seiner Ulti genau in mich hineingekickt Boah, das war richtig schlecht, ey Scheiße Das war nicht so schön Wer hätte es gedacht? Leute, ganz im Ernst, wer hätte es gedacht? Und trotzdem Ich glaube zwar nicht, dass ich eine Chance habe, den zu erwischen, aber Ne Kommt da wer? Das Gute ist, meine Ulti hat es schon nicht Nicht mehr so viel Cooldown Ich glaube nicht, dass wir hier nicht mehr so viel Cooldown Na komm, den stile ich nicht. Was mich an S stört, der hat keinen richtigen Wraith-Clear, irgendwie sowas wie Sivir oder so. Wer sitzt da nicht? No risky, no no no. Viel zu gefährlich, dude. Ach, die haben gewartet Leute. Ach, die haben gewartet. Kein Damage. Ja, ich bin an kein anderes Target rangekommen. Ich kann da nichts machen. Wenn Mau vor mir steht, kann ich nicht auf einen anderen gehen. Es war einfach schlecht. Es waren 5 v4. Die hatten einfach die Pressure, die sie brauchten, um uns da fertig zu machen. Ich hatte eine richtig gute Ulti. Ich hab richtig viel Schaden reingehauen gerade. Aber, wenn ich halt, ich kann muss halt in der hintersten Reihe stehen. Ja, links ist tot. Ja. Z war auch noch da. Ja, sonst hätte ich ihn bekommen. Ha, die werden das jetzt snowballen. Knallhart. Daher brauchen wir uns nichts drauf einbilden. Das schaffen wir nicht mehr. Wir haben den einen Teamfight vorhin komplett verloren. Damit haben wir es auch außer Hand gegeben an dieser Stelle. Eine ganz geringe Chance später, im späteren Spielverlauf, wo man am Ende die Base rushen kann, irgendwie bei Minute 50, wenn das Spiel überhaupt so weit geht, irgendwie das noch hinzubekommen. Das sieht zwar jetzt nicht aus, als ob wir irgendwie so knallhart hinten wären, aber wir sind's. Wir sind's. Definitiv. Maokai ist so tanky. Der braucht mich nur fokussen. Und die ganze Zeit vor mir stehen wie so eine Mauer. Oh, die sind alle oben. Oh, die sind alle oben. Ja, vergiss es. Das reicht nicht mal ansatzweise. Das reicht nicht mal ansatzweise. Ja, und wir sind total gespittelt und sterben trotzdem. Die sind die ganze Zeit zusammen. Ich meine, ich kann doch nicht als AD Carry den anderen Leuten die ganze Zeit hinterher rennen, wenn die da irgendwie, keine Ahnung, quer durch den Dschungel rennen und da nix bei rumkommt. Das bringt gar nix. Ich bekomme dann keinen Farm. Das wird richtig schwer, das noch zu gewinnen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guck mal, ich mach denen ganz gut Damage Das ist ganz klar Ach man, man, man Das ist ganz klar Versuche hier irgendwie noch was im Farm zu reißen Okay Mein Team ist einfach nicht gerade besonders gut, hab ich das Gefühl Bin ich noch fast der Beste mit meinen Krüppel-S-Skills, ey Und ich bin echt, ich spiel den gerade das zweite Mal in einem Spiel mit echten Spielern Also wirklich, das ist Ich bin mit S wirklich höllenschlecht Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin hier noch besser als der eine oder andere von denen Na gut Geh ich mit lane Ich kann nicht hier Hier die Shad-Skalierung Viel besser Ja, vergiss es, die müssen mich nur fokussen und dann was Worst Idee ever da rein zu gehen Guck, wer geht Jason Wenn die Maukai folgen, sterben die Der wirft ein Sapling Love Forest Ja Aber S werde ich jetzt demnächst mal ein bisschen öfter spielen S ist ein Champion, der macht auf jeden Fall Spaß Da brauche ich auch nicht meine Ulti rein, denn das reicht nicht vom Damage Never Surrender Vor allen Dingen keine Normals Oh Gott, warum spielt ihr denn dann noch um diese Uhrzeit ein Spiel? Wir haben es gerade recht spät in der Nacht Wenn du dann, keine Ahnung, ins Bett musst Ja, Maukai ist aber nicht hier Äh, nicht da unten Das heißt, äh Wäre gefährlich, hier weiter zu pushen Jawohl Nein Nein Komplett daneben, ey Ja Ja, die sind bestimmt bei uns am Red Buff, könnte ich mir auch gut vorstellen. Haben sie ja schon gemacht. Wow, dead damage. Ai, 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 ai. Ach komm. Unterhaltet euch nicht, wer jetzt hier dran schuld ist, es ist ein Normal Game und die Leute, die hier spielen, die spielen die Champions teilweise zum ersten Mal. Ah, Katharina will mir meinen Farm hier ziehen. Mir fehlt so ein bisschen der Lifestil. Ja. 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 Ja, da können wir nichts machen. Hey, wir haben ja was gerissen. Wir haben tatsächlich ein Teamfight gewonnen. Das ist ja fast unheimlich. Das hat Mut gebracht. Das ist ja fast unheimlich. Ja. Ja, das ist ja fast. Das ist ja fast etwas ganz. So, back. Ich kauf mir Last Whisper. Oh Gott, das geht in die Hose. Ich bin nicht da. Oh Gott, das geht in die Hose. Ich bin nicht da. Ich hab das Gefühl, hier ist Zed irgendwo in der Nähe. Oh Gott, das geht in die Hose. Vor Zed hab ich ein bisschen Angst. Ne, Zed ist aber nicht da. Ich komm nicht rechtzeitig hin. Ja. Das ist das Problem. Die haben diesen Kampf gemacht, ohne dass ich da war. Das heißt, ich bin angekommen, da war schon die Hälfte von uns tot. Keine Ahnung. Ich konnte mein Ulti noch recht gut platzieren. Aber das hat nicht gereicht. Na gut. Aber trotzdem, Game ist das noch nicht. Maukei ist so ein Biest, ey. Das ist so ein Biest, ey. Es macht, macht echt gut Damage, finde ich. Ja, und die haben die Map Awareness, also die Map Awareness, die haben absolute Sicht komplett im Jungle, ja. Und wir haben nichts, ne. Die sind halt auch im Goldlead so weit vorne, dass die auch einfach Gold haben, dass sie sich alle Wards kaufen. Naja. GG war trotzdem ein gutes Spiel. Unsere Midlane hat halt total versagt gegen Zed. Die hatten einen besseren Jungle. Wir haben Botlane nicht einen einzigen Gank bekommen. Und unsere Toplane hat auch ziemlich verloren, also eine ziemlich schlechte Riven. Oh, und die machen die langsame Variante. Erst schön alle In-Hips down. Wow. Scheiß Schild, ey. Sorry, Mau. Diesmal nicht. Da sieht man jetzt mal wie Tenki der Maok halt. Wie lange der den Tower tanken konnte, wie viel Rüstung der haben muss. Hat der gar nicht mal so viel zu dem scheiß Portal gebaut. Wow. Wow. Das war gar nicht mal so scheiße. Okay. 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 Hm, hm. Uhm, mehr Power. Boah. Dass wir das noch so lange halten hier, ne? Ist auch echt nur der Fall, weil wir so eine kleine Wombo-Kombo haben. Und weil Rhythm auch einfach später gefährlich wird. Weil die einfach Schaden macht. Die macht dann einfach Damage. Wie ein Jax. Die ist dann zwar immer noch einigermaßen schwer zu spielen. Nope. Keinen erwischt. Können wir nicht aufhalten, Baron. Don't even try. Der Ali möchte echt in die Haie, ne? So viel jetzt schon versucht hat zu surrendern. Ja, ich bin nicht mehr. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? gospel. Nein. Okay. Ja. 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 Wow, der Exhaust ist echt Killer, ne, muss man ganz klar sagen. Eine Annie mit Kills, ja, und die hat mittlerweile auch 5,320, ne, die hat halt auch AP. Eine Annie mit Kills und Exhaust, ja, die killt mich dann, ne, die macht mich fällig. Da brauchen wir gar nicht drumrum reden, also da ziehe ich den Kürzeren. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Ah, hätte ich nicht gedacht. Wow, ey. Und wer hin kann jetzt einfach unsere ganzen Nexus Tower? Ja, das ist gern. Die müssten wir hier nicht mehr machen. Die hat ab. Die könnte beenden. Na, nicht beenden hätte sie nicht konnt, aber... Ich denke zumindest, die Tower wären down gegangen hier, die beiden. Die Windians hätten da den Rest erledigt. Ey, ich darf mich echt nicht so baiten lassen von so einer dämlichen Annie, ey. Das ist nicht mein Target. Target number one. Und... 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 Ich habe aber auch gerade gerade meine Ulti gefällt die die vielleicht eher machen sollen und vielleicht mit dem Blutdürster vorher schon hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gerissen das weiß ich nicht wir noch dagegen halten da Untertitelung des ZDF, 2020 GG Schönes Spiel Hat nicht wollen sein Aber Gut gekämpft Es wird Vielleicht Mein Main AD Carry, wenn ich denn AD Carry spielen muss